und damit herzlich verzeihung und damit herzlich willkommen zu einem neuen neuen projekt nämlich minecraft ja viele werden sich jetzt denken das haben doch schon so viele andere let's ja aber ich habe mein headset wiedergefunden beziehungsweise mein mikrofon und meine kopfhörer da ich ja umgezogen bin dachte ich mir ja komm nimmst du mal wieder auf hast mal lust dazu und mit dem beat den ich geloadet habe wollte ich meinen kanal wiederbeleben und demnach nehme ich jetzt einfach mal minecraft auf weil mir das unglaublich viel spaß macht und ich erstelle erstmal neue welt habe ich die hier mal irgendwann mal zur testaufnahme genommen und ich nenne die einfach let's play welt entschuldigung wenn ich mich räuspern muss aber ich bin ein wenig angeschlagen ja ein seed werde ich auf jeden fall nicht nehmen und bauwerk generieren an standard super flach große biome gelüftet standard nehmen wir nehmen standard cheats erlauben natürlich nicht und bonus truhe an dann haben wir einen leichteren start let's play welt und erstellen wir doch einfach eine neue welt ja ich hatte schon letzte woche hatte ich eigentlich glaube ich 22 aufnahmen gestartet und habe dann allerdings bei der ersten war das komplette video um arsch und bei der zweiten war alles in ordnung aber da habe ich mir dann halt gedacht ja komm nimmst du machst du halt das mal so dass du weil du hast ist ja an start und wie machst du das jetzt und hin und her überlegt und so weiter und so fort die musik ist vielleicht doch ein wenig laut lieber kopfhörer wieder rein schnell wieder rein so ist es gut und in was für einer welt befinden wir uns eigentlich öffnen wir mal die truhe holzachst und eine holzspitzhacke akazienholz ich kenne mich in der version eigentlich noch gar nicht auf bis auf die zwei stunden die ich kurz mal angezockt habe und ja ich spiele natürlich mit texturen pack nämlich mit dem mit einem mieser texturen pack da mir das am besten gefällt und wir nehmen natürlich alles mit mit der katzienholz wo lassen lassen wir uns doch einfach gleich direkt dort oben nieder und direkt eine wüste geil und pferde pferde aber erstmal kurz bisschen oh ähm was ich vielleicht auch gucken sollte ob ja einfach natürlich ähm das werde ich auch zum großen teil anlassen außer wir bauen jetzt mal irgendwie ganz große sachen und ich rupp da jetzt mal erstmal das akazienholz aus ähm damit ich ein bisschen holz habe da haben wir schon eine höhle heißt da könnten wir uns eigentlich was an stein raus ruppen was vielleicht auch nicht ganz so verkehrt wäre ach ich mag die texturen einfach ich habe damit also das letzte mal wo ich exzessiv gezockt habe minecraft war in der version 1.4.8 glaube ich und dann in der 1.5 habe ich äh ja 1.5 da habe ich dann einfach ein bisschen ähm mehrere Welten gehabt und dachte mir ja ja ist halt wieder so ein unnötiges äh update eigentlich und hat sich ja irgendwie nicht viel verändert so aber jetzt so dachte ich mir so ja komm nimmst du mal wieder was auf und oh ja die aufnahme läuft perfekt und ich hoffe dass sie dieses mal nicht beschädigt ist gut gut und ja erstmal hier bisschen stein dann erstmal hier das bisschen was weg damit sonst vielleicht mal für Brot reicht wobei die texturen vom hohen gras sind noch vom Efallpack ich glaube ich habe nicht das aktuellste mein äh äh Texturenpack geöffnet ja Inventar geöffnet gut wir machen uns jetzt einfach mal ganz schnell bisschen Akazienholz machen uns da erstmal eine Werkbank nein ich will nur eine Werkbank nicht drei stellen die hier hin und machen da auf jeden Fall erstmal eine Steinhacke eins zwei drei und pflanzen auf jeden Fall erstmal ein bisschen Weizen an weil ich habe hier jetzt erstmal auf die Schnelle kein äh äh Dings gesehen ja gut machen wir hier nochmal eine Reihe hin vielleicht kriegen wir hier noch einen raus und hier äh nö ja da haben wir einen gut perfekt dann haben wir würde es uns für da hätten wir noch einen boah ich hätte hier gar nichts abreißen müssen ich sollte nicht so viel sprinten ich gucke jetzt erstmal nach äh Schafen dazu steige ich mal auf den Berg rauf beziehungsweise Hügel guck da mal wie die begebenen begebenheiten sind ähm ach ich ja gut dann hätten wir erstmal hier ein ähm Hühnchen ein bisschen Hühnchenfleisch für den Anfang und ein paar Federn die wir dann ähm zu zum Pfeile machen verwenden werden sind das da hinten auch neu das sind neue äh äh ein neues Gehölz so hier springen wir erstmal ins kalte Wasser ja äh jetzt kommt vielleicht die Frage warum ausgerechnet Minecraft und 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 ja einfach weil es mir am sehr viel Spaß macht einfach und ist es da hinten Dschungel wir brauchen auf jeden Fall sch- oh was wie geil direkt mal ein Dorf gefunden vielleicht können wir da die erste Nacht verbringen ich versuche so höllisch aufzupassen dass wir hier nix dass wir hier keinen Schaden nehmen ach das ist ja cool das waren zwei Legs oder eine oh sogar Eisen und Sattel und Apfel und ne Eisenspitzsacke das ist ja mal äh den geileren Start kann man ja gar nicht haben und erstmal ein bisschen was essen das ist ja auch wichtig hier irgendwie wo oder so haben die nicht boah und was zu essen geil pflanzen wir natürlich alles nach weil wir wollen ja auch nicht den äh eingeborenen ihr Essen weg klauen das wäre ja ein bisschen arschig boah und ja Schafe und ich sieben Eisen sogar cool dann reicht's auf jeden Fall für äh nen Dings ein Bett und rasieren ja einfach komplett alle wenn die zu Skinhead schaffen yeah was heißt hier Skinheads sind nicht so cool ist hier nicht normaler wow das sieht ja mal richtig cool aus hier war doch rum also irgendein Update so dass hier irgendwo in Kirchtum ne Truhe stand oder irre ich mich da äh weiß ich gar nicht ja erstmal zurück und wir werden dann doch ähm auf dem Berg unser erstes beziehungsweise wie gesagt Hügel unser Haus äh aufbauen damit wir beziehungsweise doch wir damit wir hier erstmal weil ähm das wird dann wie im Mittelalter so gesehen dass wir etwas geschützt sind und da hinten sehe ich einen Pilz da reißen wir einfach auch mal hin da reiß ich jetzt erstmal ob ich jetzt erstmal hier das Holz aus dem also das aus dem Gebälk ja so kann so darf man es doch sagen ja und so damit wir wenigstens ein bisschen Holz haben ah und Pam Entschuldigung Kürbis haben wir ja auch das ist ja ein geilerer Start kann man ja gar nicht haben aber ich merke die Folge ist zum Ende wie schnell das rum geht ich ob hier nur noch kurz das aus dem Gebälk sammeln hier kurz das Holz ein und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder bis dann dahin tschüss